Das Wintertransferfenster naht und der FC Bayern hat mit Kevin Phillips wieder einen Sechser auf der Liste. Neben Palinja wird er diskutiert. Er war im Sommer schon Thema, jetzt wird es aktuell, weil Phillips, englischer Nationalspieler beim Pep Guardiola Club City, unzufrieden ist und der Klub eine Laie machen würde. Perfekt für den FC Bayern. Also, Kevin Phillips auch auf der Shortlist des FC Bayern.